Ja, 1-0 Auftakt, Sieg für den 1. FC Giebenbeck. Wie war es für euch auf dem Platz? Gut reingekommen? Ja, es geht so. Wir haben eine Zeit gebraucht. Hatten dann die zwei Minuten. Haben das auch noch nicht so gut ausgespielt. Das ist auf jeden Fall Potenzial noch nach oben. Ja, was habt ihr euch vorgenommen für die nächsten beiden Partien? Ja, auf jeden Fall erstmal die Zwischenrunde erreichen. Das ist unser Ziel. Ja, und die nächsten Mal in den Partien gut Fußball spielen und Tore schießen. Danke.